... und veröffentlicht alles in den sozialen Medien. Gab richtig viel Stress mit den offiziellen Tbilisi. Wer nimmt das persönlich? Oh ja. Sobald du sie befreit hast, wird er versuchen, sie wieder in die Finger zu bekommen. Und so lenken wir ihn von unseren Separatistenfreunden ab. Noch zwei Ziele. Einer ist beim Verhör eingeknickt. Die Zwillinge haben ihn zum Verräter erklärt. Der zweite ist ein Offizier, bekannt für seine Foltermethoden. Sie zu töten, sollte unsere Beziehung zu den Separatisten verbessern. Exakt. Ich habe sie zu drei georgischen Außenposten verfolgt. Die Ziele werden laufen zwischen den Lagern verlegt. Es gibt also keine weiteren Details. Ich schau sie mir alle an. Over und... Wir zählen auf dich, mein Sohn. Mach mich stolz. Ende. Ich schau sie mir an. Ich schau sie mir auch an. Ich schau sie mir Arbeit. Ich schau sie mir einmal an. smalle Zielein. Was ist das? 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 Wer ist das? Was 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 ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich konnte sie nicht retten. Ich hab dich mitgenommen, damit du dich verabschieden kannst. Mein Kopf! Mein Kopf! Amasi? Was ist Amasi? Ich hab geträumt. Nur eine hiesige Legende. Ein Dämon aus den Bergen. Wer zum Teufel bist du? Auf jeden Fall kein Dämon. Bleib hier, bis die Separatisten kommen. Sie werden dich vor Leonize beschützen. Leonize? Du glaubst, er ist der Kopf hinter der ganzen Scheiße? Was meinst du? Folge dem Geld, Yankee. Ah, wow. Ich fühl mich schwerelos. Viel besser. ... ... Eine ausgezeichnete Leistung. Inna ist in Sicherheit und die Separatisten schulden dir was. Gut zu wissen. Was ist mit Leonize? Er ist stinkwütend. Vier Suchtrupps sind von der Hauptbasis aufgebrochen und Leonize führt sie persönlich an. Das ist ja noch besser als erwartet. Wir sollten die Gelegenheit nutzen und die Basis angreifen. Die Sidermonize-Zwillinge sind nicht dumm. Sie werden das erwarten. Je früher, desto besser. Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hab jetzt schon keine Kippen mehr. Schon wieder. Super. Wie könnte der Tag noch schlimmer werden? Diese Inna ist ein tapferes Mädchen. Zakarian ist ein kluges Mädchen. Sie wird ihren Weg schon gehen. Wird diese Organisation unser Vorgehen unterstützen? Ich werde nicht... Das macht es totally notch. Das macht sie auch nichts. Ich werde nicht mehr wissen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, ich habe was gehört.